... die Stunden vor diesem Finale verbracht. Belaretti und Thomas Waag haben die beiden Mannschaften besucht und begleitet und sie haben durchaus Unterschiede gefunden und alles andere hätte uns auch verwundert. Wannsee-Idylle am frühen Vormittag. Hierher, in die Abgeschiedenheit der Sportschule, hat es fast immer die Außenseiter verschlagen. Um 10.15 Uhr verlässt der MSV Duisburg sein Quartier zum Abschlusstraining. Fast genauso idyllisch, nur ein bisschen standesgemäßer wohnt, besser residiert der FC Bayern. Grunewald, Berlins gehobene Wohngegend. Viertel vor elf, Giovanni Trapattoni auf dem Weg zu seinem allerletzten Training. Zu dieser Zeit nimmt auch Kollege Funkel die letzten Stufen. Für ihn wird es nicht der letzte, aber der bisher wichtigste Tag als Trainer. Schon das Schuhwerk unterstreicht die Feierlichkeit dieses Samstags. Pokalfarben. Einzelgespräche. Friedhelm Funkel zeigt seinem Torwart Thomas Gill bayerische Freistoßschmankerl. Könnte ja wichtig werden in acht Stunden. 11 Uhr, Hubertusplatz. Lothar Matthäus ist mit sich und der Fußballwelt im Reinen. Letzte Sympathiewerbung für den Pokalabend. Der FC Bayern für die Berliner hautnah. Keine Distanz, Lockerheit, der letzte Feinschliff. 11 Uhr 15, Trainer Funkel trägt noch zwei Entscheidungen mit sich herum, die er der Mannschaft beim Kaffee mitteilen wird. Die Anspannung nimmt schon zu. Der Countdown läuft, es geht jetzt nahe zum Spiel hin und wir werden die Mittagsruhe noch mal genießen, um uns da seelisch und moralisch aufs Spiel zu konzentrieren. Und dann geht es auch schon bald los. Halb zwölf Erinnerungsfotos für die Zeit ohne Trab. Ende seines Abschiedstrainings. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute und viel, viel Glück für das heutige Spiel. Viertel vor zwölf, letzte Ehrung durch den neuen Fanclub Lucky Zebras, dann haben die Herren Zeugwarte das Schlusswort. In welche Kiste kommt der Pott? Hier in der Klinke, ja hier. Wir machen schon Platz dafür. Aber Mehmet Scholl schießt das entscheidende Tor gegen Duisburg, meint ein unbekannter Prophet. Und mit dieser Botschaft verließen die Bayern vor gut einer Stunde den Grunewald. 55. Pokalfinale im Berliner Olympiastadion der FC Bayern München gegen den MSV Duisburg. Und Ella Pullerleck wird Ihnen jetzt die Mannschaften vorstellen, so wie sie auflaufen werden. Das heißt, den FC Bayern München, den stellt Ihnen der Kapitän vor, Thomas Hemmer. Das war wieder eine heiße Woche beim FC Bayern München. Oliver Kahn, die Nummer 1. Olli hat die ganze Woche Sonnencreme gebraucht, weil bei dem heißen Wetter kriegt er ganz leichten Sonnenbrauch. Markus Babbel, Nummer 2, hat in seiner Tasche in den letzten Wochen immer seine Englisch-Lexika gehabt und Kassetten zum Lernen. Aber so wie es aussieht, kann er die jetzt erstmal wieder in die Ecke schmeißen. Thomas Helmer, die Nummer 5. Dafür reicht leider unser Block nicht aus, um das alles aufzuschreiben, was es dort zu berichten gäbe. Christian Nellinger, unsere Nummer 6, hat schon uns versucht, weil er nach Dortmund wechselt, uns Pilz anzudrehen. Aber wir sind doch beim Weißbier geblieben. Mehmet Scholl, unsere Nummer 7, hat sich selbst Last-Minute-Memmet getauft, weil er leider die WM-Nominierung nicht ganz geschafft hat. Giovanni Elber, Nummer 9, hat mir wieder einen kleinen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft gegeben. Er hat die ganze Woche wieder speziell mit mir auf Samba getanzt. Lothar Matthäus, unsere Nummer 10 und unser Lieberuhr. Er hätte am liebsten die ganze Woche das Handy mit auf den Platz genommen, weil natürlich durch seine Nominierung alle Leute entsprechen wollten. Und unsere Nummer 11, Vicente Lise Razou. Lise hat die ganze Woche wieder Deutsch geübt, damit er uns besser versteht. Mario Basler, Nummer 14, hat mich wieder die ganze Woche geärgert, weil er dauernd mein Shampoo benutzt hat. Didi Hamann, Nummer 16, unser weißer Gullit, musste mir die ganze Woche mit dem Lasso einfangen, nachdem er von seiner WM-Nominierung gehört hat. Michael Tarnert hat endlich seine weißen Beine ein bisschen brauner bekommen. So, jetzt haben wir alle elf. Also, Basler drin, Janker draußen. Überraschung? Ja, absolut. Überraschung, weil ich eigentlich in dem Pokal-Endspiel einen Stürmertypen wie Janker würde ich heute gerne hier sehen. Aber der Thomas Helmer hat nicht gesagt, warum Basler, Reil und Janker raus. Schade. Darf er auch nicht. Darf er auch nicht. Nein. Auch im letzten Spiel unter Travatoli nicht. Und wie wird der MSV Duisburg hier antreten? Auch hier die Aufstellung und die ist spannend wie ein Kribbik. Weißt du, wie viele MSV-Fans es gibt? Das waren rot-weiße, nicht unsere, die Zebras. Schlau. Jetzt krall ich mir die Jungs. Nein. Was? Du nicht. Aha. Drei. Hier ist Deckname Didi. Spiel Familienvater. Ein schlimmer Finger. Vier. Wulat. Er ist der Boss. Sein Haar sitzt immer perfekt. Fünf. Heito. Besonders auffällig. Trägt nur Job und Vasace-Klamotten. Sechs. Tüfting. Er ist der Schlimmste. Über den könnte ich viel erzählen. Sieben. Komjenowitsch. Sie nennen ihn der Handymann. Immer gut informiert. Neun. Neun. Salou. Die schwarze Perle. Und der Schläfer von der Gärme. Er schläft immer. Zwölf. Gil. Der Pokal hält. Hält es gefährlich. 18. Spieß. Der Buchmacher hat sein ganzes Geld mit Wetten verloren. 20. Sire. Deckname Siko. Kaufe immer die falsch eingekauften Sühe von Emmerlin. 21. Warner. Der Videomann. Ist gut im Filmgeschäft. Manchmal in den falschen Filmen. 24. Wollt es. Der Zeitungsfetischist. Über die Opfer will er bestens informiert sein. So. Das war es. Jetzt muss ich abhauen. Nichts wie weg. Und die Kommentare kamen vom schönsten Team von Sting Töfting. Ja. Überraschung hier. Zeyer spielt also. Der Mann, der zum VfB Stuttgart ging. Und auch Warner. Emmerling kann noch nicht. Ja. Emmerling. Das war das Fragezeichen. Wo der Fritain Funkel gestern auch drüber sprach. Er hatte das Risiko. Der ist wieder fit. Aber er rechnet damit, dass er vielleicht auch 120 Minuten heute hier spielen muss. Und dann kann ein Muskelfaserriss eigentlich dazu führen, dass man einen Spieler auswechseln muss. Den man von der Kraft her sonst braucht. Wir werden nicht mit dem Spiel anfangen, ohne deinen Experten-Tipp zu hören. Ja, ich habe mich immer festgelegt. Und wenn man die letzten 30.000, 40.000 Zuschauer erobern will, dann muss der MSV Duisburg ein Stück von der Damenmannschaft übernehmen und die Bayern beschäftigen. Aber mit einem Elber vorne muss man vorsichtig sein, dass man nicht ausgekontert wird. Nicht, dass Fritain Funkel seiner Mannschaft gesagt hat, ihr müsst mit dem Braun spielen. Dann haben die gesagt, oh Gott. Wenn er gesagt hat, ihr müsst, wie geht's ja noch. Aber mit wäre falsch. Also, wir kommen zum 55. Pokal-Endspiel. Der FC Bayern München gegen den MSV Duisburg. Ihr Reporter und Kommentator ist Johannes B. Kerner. Und die Regie, die haben Norbert Thielmann und Stefan Kanzler. Viel Spaß. FC Bayern München gegen MSV Duisburg. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Kollege Oliver Schmidt und ich, wir grüßen Sie aus dem Berliner Olympiastadion. Und hier also ist das deutsche Wembley. Und da sehen Sie schon die Akteure. In Wembley ist heute übrigens auch gespielt worden. Arsenal hat 2-0 gewonnen gegen Newcastle United. Arsenal damit das Double gelungen. Aber hier in Berlin zum 14. Mal in Folge. Das Pokal-Endspiel ist mittlerweile viel, viel mehr als eine Wembley-Kopie. Es ist das einzige Spiel des Jahres mit absoluter Tröten-Garantie. Eine unvergleichliche Stimmung. Und wir vom ZDF wollen versuchen, das in ihr Wohnzimmer, auf ihre Grillfete, am liebsten aber direkt in ihr Fußballherz zu transportieren. Da sind Sie also, die 22. Und jetzt die Hymne gespielt vom Polizeiorchester Berlin mit dem Polizeiorchester Brandenburg. Untertitelung des ZDF, 2020 Als dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, öffnen Sie Ihr Fußballherz. Es ist angerichtet. Und der FC Bayern München, der schon achtmal diesen DFB-Vereinspokal gewinnen konnte, versucht es heute in folgender Aufstellung. Für Sie zur Übersicht gleich taktisch angeordnet. Die eigentliche Überraschung ist, dass Mario Basler von Anfang an mit dabei ist auf der rechten Bahn. Markus Babbel, Mann-Decker, möglicherweise gegen Salou. Weil Thomas Helmer im letzten Bundesligaspiel vor 14 Tagen doch so seine Probleme hatte. Elber und Scholl vorne, das hat am letzten Wochenende gut geklappt. Und ein weiterer Versuch. Der MSV Duisburg mit, auch hier Konzentration auf die gerade erst gekommenen Informationen. Warner als Libero für Emmerling. Der ist zwar fit, aber eben nicht topfit. Und das ist bei so einem wichtigen Spiel ein Unterschied. Auf der linken Außenbahn Hirsch, statt neun gleich stark, sagt der Trainer. Eine Bauchentscheidung. Wir drehen natürlich aufgrund der Sonne. Alles klar, wir schlossen an. Der MSV Duisburg also hat die Wahl gewonnen, stößt an. Und in der Mitte sehen Sie Hartmut Strampe, den Schiedsrichter dieser Partie. Das Pokalfinale Bayern gegen Duisburg, präsentiert von ZDF und Kronenbacher. Da ist Lothar Matthäus, der weltmeisterschaftliche Spätstarter. Und das ist Hartmut Strampe, um den Satz zu Ende zu führen. Aus Harndorf, sein Heimatverein Groß-Hesebeck. Als dann, 55. Finale, auf geht's! Michael Zeyer. Wohlerth. Kapitän. Freistoß für den MSV Duisburg. Ich hoffe, Sie sind mit mir einer Meinung, wenn ich eingangs dieses Finals die Spieler des MSV ein wenig häufiger nenne. Ich vermute mal, Hirsch und Wolters und Töfting sind ihm nicht ganz so geläufig wie Basler, wie Matthäus und wie Thomas Helmer. Das Trainergespannte ist FC Bayern, der hofft sich natürlich eine Trotzreaktion. Nach seiner, na sagen wir ruhig, Auseinandersetzung mit dem Bundestrainer und seiner Nicht-Berücksichtigung für Fitnesstest und WM. Mit Scholl. Hatte gehofft, dass Christian Nerlinger durchstartet. Über Rowana. Und Wolters Fehlpass ins Aus. Thomas Gill hat natürlich das Problem, dass er in die wirklich tiefstehende Sonne schaut, hier im Olympiastadion. Und die Chance für Spieß. Spieß. Und Oliver Kahn. Ein dicker Patzer von Thomas Helmer. Ermöglicht Uwe Spieß diese Chance. In der dritten Spielminute. Was für ein Auftakt. Foul von Varna. An Nerlinger. Und hier sehen wir nochmal den Fehler von Thomas Helmer, der im Kopfballduell mit Salou Probleme hat. Dann Spieß. Oh, hat er selbst nicht gedacht, dass er diese Chance bekommen wird. So früh. Let's in Funkel. War schon Pokalsieger. 85. Damals 2-1 Sieg gegen die Bayern. Mit Uerdingen. Basler beim Freistoß. Und Töfting lenkt den Ball zur ersten Ecke. Weiter die Bayern. Scholl. Basler. Die München haben was gut zu machen, ganz klar. Eine Saison ohne die Gelegenheit, den Briefkopf zu verändern, hat Uli Hoeneß gesagt, ist eine Verlorene. Und dazu muss ein Titel her. Wohlad gegen Mehmet Scholl. Abstoß. Die München haben sich auf die Oberfläche von München. Und dazu muss ein Titel her. Die München haben wir, die Dampfkopf in die Bayern nicht mehr verankert. Und dazu muss ein Titel her. Und dazu muss ein Titel her. Und dazu muss ein Titel her. Was ist die Clase? Das ist die Titel her. Die Kathleen haben wir geheimt. Die Stel her. Die Kirche haben sie ohne die Glocke. Zalou gegen Helma. Wolters, Wana, nur 1,70 Meter groß. Aber seit Olaf Thun, selbe Körpergröße, weiß man ja, dass ein Libero nicht nach Zentimetern bewertet wird. Bubble gegen Spieß, das eine Pärchen und so wie es zur Zeit ausschaut, Helma gegen Zalou, also wie in der Bundesliga-Partie vor 14 Tagen. Fehlpass Helma, zweiter Fehler. Wolters, Zalou, Töfting, Foul von Zalou, sagt Herr Strampe. Zalou, 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 Zalou. Zalou, 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 Zalou. Vielen Dank. Markus Babbel, das erste Mal in der Offensive. Also das alles, was wir hier in den ersten Minuten sehen, ist noch nicht von ganz großer Übersicht und ganz großer Ruhe geprägt. Aber das zeigt ja auch und ist insofern angenehmer Beleg, dass es hier um was geht. Nämlich um den Titel im DFB-Vereinspokal. Weil sportlich ist ja alles klar. Bayern spielt die Champions League Qualifikation. Duisburg im Europapokal, der Pokalsieger. Aber Sie sehen, hier geht es um was. Und das überträgt sich 1 zu 1 aufs Spielfeld. Schön, Mimicol. Und das überträgt sich 1 zu 1. Tomasz Haitho mit der 5, polnischer Nationalspiel, hat 450.000 Mark gekostet. Zu Beginn der Saison war damit der teuerste Einkauf des MSV Duisburg. Stellen Sie sich das mal vor, im Gegensatz zur Millionen-Truppe aus München. Zaya, Wolters. Da hat der Thomas Warner aufgepasst. Abseits Elber. Das wäre doch was, denken die Duisburger. Einen Titel haben sie übrigens schon. Deutscher Amateurmeister 1987. Gegner im Finale. Die Amateure des FC Bayern München. Parallelen gibt es. Die gibt es gar nicht. Jetzt Bubble gegen Salou. Also dieser Baschi Roussalou. Viele sagen, der beste Konterstürmer der Liga. Braucht natürlich Platz. Ist möglicherweise nicht so effektiv in einer Situation, in der der MSV das Spiel machen muss. Beim Einwurf Heito. Ähnlichkeit mit Herrn Kartemann. Damals in Düsseldorf. Lange Einwürfe. Töfding. Hirsch. Und Oliver Kahn. Der einzige Bayern-Spieler ist, der alle Bundesligaspiele von der ersten bis zur letzten Minute gespielt hat. Wolters. Wolters. Rufi Spies. Wolters. Salou. Und Kahn. In der 13. Minute Duisburgs zweite nennenswerte Chance. Merlinger. Hinten Scholl. Da sagen wir fast Scholl. Dann kommt Lienowitsch. Stig Töfding. Stig Töfding. Stig Töfding. Stig Töfding. Foul von Spies. Ich glaube, die sind da gut bedient, die Bayern in der Situation. In dieser Sekunde 15 Minuten gespielt. Und ich stelle einfach mal die Frage, wer ist eigentlich der Favorit in diesem Pokalfinale? Zwei MSV-Chancen. Die Bayern spielen durchaus ansehnlich, zumeist über rechts, aber finden den Weg in die absolute Spitze nicht. Da wird sich was tun müssen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Insofern kein Grund zur Hektik. Komlienowitsch, einer von denen, die mit den Goldschüchen aufgelaufen sind im Finale. Wohler sehe ich hier noch. Hirsch. Und ich glaube, das wäre es dann. An goldenen Trätern. Zeyer. Ziko Zeyer. Der mit der Straßenbahn zum Training kommt. Und zwar immer und seit jeher. Und Helmer gegen Salou. Also das war den Verantwortlichen des FC Bayern schon aufgefallen, dass das ein Problem war. Und Trapattoni hatte durchaus Überlegungen angestellt, ob er die Paarungen vielleicht verändert. Jetzt aber scheint so, dass Helmer weiter gegen Salou und Babbel eben gegen Spieß anzutreten hat. Und vorne ist Salou. Freistoß für den MSV Duisburg. Der übrigens in dieser Bundesliga-Saison kein Tor erzielen konnte gegen die Bayern. 0-0 jetzt gerade und 0-3 verloren in der Hinrunde. Mal sehen. Und der Schuss von Carsten Wolters. Uwe Spieß. Hat mal Wirtschaftsmathematik studiert. Hat sechs Tore in der Bundesliga-Saison geschossen. Alle auswärts. Das wird ja passen heute. Sein Bruder Klaus. Das nur, weil es hin und wieder Stress gibt zu Hause. Ist überzeugter Bayern-Fan. Schauen Sie, wie schnell der Salou ist. Salou und Tor! Das gibt's nicht. Bashiru Salou. Im Antritt auf 10 Meter. Also, wir gucken mal auf die Zeitlupe. Da wird das noch schnell genug wirken. Auf 10 Meter hat er dem Lothar Matthäus bestimmt drei abgenommen. Schauen Sie mal. Jetzt das Duell. Salou gegen Matthäus. 1-0 für den MSV Duisburg. Bashiru Salou. Ich weiß nicht, ob mir Freude geht, wie bei Friedrich Funkelin. Für das Spiel sicherlich gut. Und Torsten Fink hat sofort Anweisungen bekommen, sich warm zu machen. Ist mit dem Treffer aufgesprungen. Und ist nun unterwegs, hinters Tor von Oliver Kahn, um sich auf seine mögliche Einwechslung vorzubereiten. Komljenovic. Jahrhundert. Tarnert. Lizarazu. Elba. Rolat war da. Rolat. Also, eben noch erzählt, der MSV kein Tor in dieser Saison gegen die Bayern. Schwupps. drin ist 1 zu 0 führt der ich hoffe keiner ist mir böse wenn ich sage außenseiter was geht der mit den tiefliegenden augen es ist noch wie er gebrüllt hat und die arme hochgereckt hat nach dem halbfinalsieg in trier mochte gar nicht glauben als ich gehört habe dass der mannschaft nur der schweiger heißt also die bayern versuchen den msv ein bisschen stärker unter druck zu setzen pressing schon kurz hinterm 16 meterraum und das verleitet die duisburger natürlich zu fehlern wie eben den überflüssigen ball ins haus von kippen wenn sie schauen möchten 1 zu 0 20 minute bashiro salu nach könnten zähne zeigen hat doch grund zu lachen der torschütze beim länderspiel in togo ist immer das auto geklaut worden der staatspräsident hat daraufhin darum gebeten es ihm doch zurückzugeben und tatsächlich in der darauffolgenden nacht war die kiste wieder da so geht's basla basla und da hatten viele gedacht die duisburger würden sich erschrecken vor der kulisse fast 76.000 im olympiastadion zu hause haben sie durchschnittlich 16.000 letzter in der zuschauertabelle der bundesliga hier sind bestimmt 20 mit in berlin 20.000 30.000 auf könig heinrich platz in duisburg foul von komiljenowitsch gegen giovane elba die die gerne würden aber noch nicht dürfen das ist mit der tiefstehenden sonne ist natürlich ein wahnsinns problem für für die fast die hälfte der gegentore aus standard situation beim msv in der bundesliga basla was garz ist sch Da sehen sie Thorsten Fink, hinter Oliver Kahn's Tor macht er sich warm. Double Fehler, Spieß und Liza Rasu klärt zur Ecke. Das ist, schenkt man dem, was in der Bundesliga-Saison bisher passiert ist, statistisch also Glauben, nicht besonders gefährlich, weil nach einer Ecke gab es kein Tor gegen den FC Bayern München in dieser Bundesliga-Saison. Glauben, Glauben! 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 Sie sehen, er weiß, was er kann, er hätte den Ball ja stoppen können und flanken können, aber die Nummer mit dem Einwurf ist ihm offensichtlich lieber. Zaya, der S-Bahn-Fahrer. Glauben! Geht aber schon wieder. Scholl gegen Wohlad. Und nichts weiter. Derweil die Information, dass auch Carsten Janka das Aufwärmteam der Bayern verstärkt. Derweil die Entscheidung, dass auch Carsten Janka das Aufwärmteam der Bayern-Fahrer der Bayern-Fahrer. spieß diesmal war es abseits und zwar von zaya der da hoffentlich nicht durchgezogen hat das ist nur nicht seine art wenn einer nicht gute halbe stunde gespielt 1 zu 0 für den msv duisburg die führung geht in ordnung finde ich drei gute chancen hatten sie ein tor trappatoni weiß nicht so recht das war es noch nicht das war noch nichts was wir unter der kategorie abschiedsgeschenk für den mister verbuchen können jetzt wird gleich gewechselt cordes und trappatoni pfeifen schon wild durchs olympiastadion janka wird kommen und obwohl man sich mit prognosen zurückhalten sollte ich sage mal das wird ein richtig heißes finale hier geht was in beide richtungen und das tor die führung für den msv duisburg ist für den verlauf der partie sicherlich eher von vorteil freistoß bayern töfting hatte matthäus gefault und bisant lisa rasu der immer noch hofft mit der französischen nationalmannschaft in frankreich dabei sein zu können wird den platz gleich verlassen auch torsten fink macht anstalten und kommt gleich rein also eine muntere wechselveranstaltung schon kurz nach mitte der ersten hälfte ein riese dieser thomas gill vor zwei wochen noch hat er in der 86 minute gegen mario basler das ding rausgefischt damit im grunde genommen bayerns titeltraum zunichte gemacht und jetzt dieses teil ach der wäre sicher drin gewesen helmer verlässt den platz scheint mir angeschlagen humpelt ein bisschen gibt die binde an fink und lisa rasu auch raus wie gesagt fink und janka neu drin es muss alles seine ordnung haben bei bayern matthäus bringt die binde zu kahn der ist nämlich ersatzkapitän und lisa rasu und janka der andere Karsten Janka also hat sofort Position bezogen im Sturm Ist jetzt mit Giovane Elber vorne aktiv Mehmet Scholl ein bisschen hinter die Spitzen zurückgerückt Und Fink verstärkt das Mittelfeld Naja, da ist jetzt reichlich zu tun Die Bayern stellen komplett um Und natürlich muss der MSV drauf reagieren Ja, da ist jetzt reichlich zu tun Elber gegen Komlianowitsch Eckball Die Sarasur übrigens ist stinke sauer Durchgepest in die Kabine Scholfing Scholfing Seier nicht aufgepasst Mario Basler Aber mit links geht nicht Geht nicht ist vielleicht ein wenig despektierlich Geht aber zumindest nicht so gut wie mit rechts Die Haare wieder ganz ganz kurz Spitzname Meister proper Müsste nur noch ein sauberes tor machen Und Torsten Fink bei Uwe Spies Damit sie wissen wie sich die Paare da verändert haben nach der Wechselarie vor einigen Minuten Und zum besseren Verständnis der Wann auch immer sie dann kommen mögen Angriffsaktivitäten des FC Bayern Da hat es auch einen Wechsel gegeben Janka jetzt über links Elber Über rechts Deshalb werden sie Elber häufig in Zusammenhang mit Komlianowitsch Na bitte Angriffsaktivitäten Das war's. Lüge, 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 Lüge! Lüge, Lüge! Tomas Kiel, Das ist natürlich ein Problem gegen diese wirklich übel tiefstehende Sonne. Andererseits ein bisschen Farbe im Gesicht schadet ja auch nicht. Das ist natürlich ein Problem. Also es ist noch nicht genug, was der FC Bayern München hier auftischt. Das reicht nicht, um zum neunten Mal den DFB-Vereinspokal, zumindest für die Dauer eines Jahres, in der Vitrine an derselbener Straße. Unterbringen zu dürfen. Das ist zu wenig. Die Bayern haben noch kein Mittel gefunden gegen im Mittelfeld sehr starke Duisburger. Die früh attackieren. Und ihre Chancen haben. Warners, Salou. Diesmal gefoult. Hat er mitgezuppelt, der Bashi Roussalu. Völlig in Ordnung, die Entscheidung. Konvenovic. 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 Es ist schon eine eigenartige Situation, aber der FC Bayern München und die Auswechslung haben das Beleg, muss gegen Duisburg reagieren. reagieren. Und das hatte man sich wirklich anders vorgestellt. Janka gegen Haitho. Kolnische Nationalspieler bleibt Sieger. Also für den Fall der Fälle wäre es abseits gewesen, aber Herr Strampe entscheidete auf Foul. Die erste Halbzeit nähert sich dem Ende. Verdiente Führung des MSV Duisburg. Das kann es noch nicht gewesen sein beim FC Bayern München. Grazie Trapp, wollten Sie sagen. Aber mehr als halbe Leistung war das nicht. Und wollen wir ganz ehrlich sein, der MSV Duisburg ist jetzt in seiner Optimal-Situation. Er kann sich nämlich aufs Kontern verlegen. Kann die zweite Hälfte ein bisschen zurückgezogener gestalten. Und dann versuchen mit Spieß und mit diesem Bashi Roussalu Konter zu fahren. Jetzt Matthäus. Na ja, der Haitho sieht gut aus gegen den Janka. Sehr gut sogar. Nörlinger, der den Verein verlassen wird. Heute sein Abschiedsspiel für den FC Bayern München. Geht dann nach Dortmund, wo er geboren wurde. Tarnath, wie gegen Leverkusen? Nein. So, das war's. Erste Hälfte passé. Duisburg führt 1 zu 0 im 55. Finale um den DFB-Vereinspokal der Herren. Dieser Mann hat in der 20. Minute das Tor erzielt. Ein halber Held ist er schon. Aber ich schlage mal vor, Sie legen eine Grillwurst auf. Denn hier ist noch nicht aller Tage Abend. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Nach den Heute-Schlagzeilen melden sich die Kollegen Poschmann und Feldkampf. Das Pokalfieler. Frau Duisburg gegen den FC Bayern München. Angemessen? Ja, natürlich angemessen. Da gibt es gar nichts abzudrehen. Das sind drei bis vier Torchancen. Und ich finde, es hat ja schon zwei Auswechslungen gegeben. Das zeigt eigentlich, dass die Bayern hilflos waren und den Druck von Duisburg nicht ausgehalten haben. Auswechslung schon nach 30 Minuten, 33 Minuten. Sehr ungewöhnlich. Zwei. Helmer musste runter. Lisa Razou? Ja, ich bin der Meinung, dass das ganz schön Unruhe gibt. Und wenn die Mannschaft wahrscheinlich den Ausgleich machen würde und sie muss in die Verlängerung, dann wird sich das noch auszahlen. Aber die Verärgerung bei den Spielern war in den Gesichtern geschrieben. Ja, wir schauen uns die Höhepunkte an dieser ersten Halbzeit. Es ging gleich los. Gleich richtig in der dritten Minute schon. Uwe Spieß nach einem Fehler von Thomas Helmer, der ja ausgerüstet wurde. Ja, hier konnte er mit seinem Glück überhaupt nichts anfangen. Er schaut nicht auf. Normalerweise muss er den Ball ins lange Eck schlenzen. Das war also eine Vorlage von den Bayern. Der hat den Spieß so überrascht. Zum Nationalspieler wie auch Markus Babbel. Auch da gab es Fehler. Aber wir sehen hier das 1 zu 0 durch Bashi Roussalu. Ja, das war eine Szene, die im Endeffekt mal aufweist, was ein Spieler noch rausholen kann, wie antrittschnell er gegenüber Matthäus ist. Und dass der Ball in die kurze Ecke geht, war auch für Kahn überraschend. Aber ein Riesenschuss und ein wahnsinniger Antritt. Aber es wird schnell gespielt. Der nimmt ihm hier vier, fünf Meter ab. Guck mal, ein langer Schritt. Ja, das ist für Digg als leichter. Nee, das ist ein Genuss. Ja, wir müssen auch mal was zu lachen. Gut, dass Togo nicht bei der Fußball-WM dabei ist. Ja, sonst müssten wir Angst haben. Aber müssen wohl schnellere Leute hin. Bayern hat aber auch eine Chance. Und zwar Mehmet Scholl. Wunderbarer Freistoß sehen wir auch. Und schwer zu halten für Thomas Gill im Tor des MSV Duisburg. Denn gegen die Sonne sehen wir hier sehr schön. Ja, das wäre direkt nach dem Auswechsel. Wenn das gepasst hätte, hätte natürlich Trapattoni alles richtig gemacht. Jetzt muss er erstmal warten, was in der zweiten Halbzeit abläuft. Aber man sieht von hinten gar nicht den Ball. Also 1 zu 0 alles noch offen. Wir wollen nochmal die Gewinnspielfrage für Sie wiederholen. Liebe Zuschauer, wenn Sie mitmachen möchten, wir hatten Sie gefragt, wie viele Tore hat der FC Bayern München auf dem Weg ins DFB-Pokal-Lenspiel geschossen? Außer, ausgenommen natürlich die Tore im Elfmeterschießen, zum Beispiel in Wolfsburg. Wann ist es 20, 26 oder 35? Telefonnummer 090, 25, 25, 25. Bis Spielende sind die Leitungen geschaltet. 090, 25, 25, 25 gibt eine Reihe zu gewinnen. Also, was würdest du sagen? 1 zu 0 für der MSV Duisburg. Die Mannschaft steht hinten gut, sind Defensivkünstler. Vorne kontergefährlich durch, nicht nur Salou. Ja, die werden natürlich jetzt mehr unter Druck kommen. Ein bisschen liegt es jetzt dran, was Zeyr im Mittelfeld macht. Wenn er sich jetzt nach hinten fallen lässt, dann wird MSV Duisburg mehr unter Druck kommen. Er muss jetzt das Spiel bestimmen. Er muss die Überraschung bringen aus dem Mittelfeld heraus. Warten wir es ab. Johannes Beckerner ist weiterhin hier Kommentator. Die Räume liegen in den Händen von Norbert Thielmann und Stefan Kanzler. Also, zweite Halbzeit. FC Bayern München gegen den MSV Duisburg. Das Pokalfinale Bayern gegen Duisburg, präsentiert von ZDF und Kronbacher. Wir sind soweit und Giovanni Trapattoni wird gerne ein wenig mehr sehen. 17 Titel als Trainer dazu, mehr als eine Handvoll als Spieler. Das kann doch kein Abschied sein. Nach seiner Zeit beim FC Bayern München. Also, wir haben unsere Lieben mal 10 Sekunden beobachtet. Wechsel konnten wir bislang nicht feststellen. Elba, Hamann, Erlinger und Basler. Torsten Fink. Foul von Fink. Was Herr Janker nicht ganz nachvollziehen kann. Elba, Sieger gegen Komlienowitsch. Und Janker gegen Heito. Der sich dabei verletzt hat. Hey, das war knapp. Am 16. hatte er den ersten Zweikampf gewonnen. Trapattoni mag es kaum glauben. Dann hatte sich Elba durchgesetzt. Und jetzt steht Scholl bei der Ecke. Hamann. Elba, Deal. So. Ja, ja. Das wird eine stimmungsvolle Veranstaltung. Bleiben Sie bei uns. Und lassen Sie den Fußball zu sich nach Hause. Hier geht noch was. Für beide Mannschaften. Janker, toll weitergeleitet auf Hamann. Oh Gott. Wobei, was hat der eigentlich damit zu tun? Das war ja Merlinger. Ja, viel freier geht's nun nicht. Und Sie merken in diesen ersten 2, 3, 4 Minuten schon, dass der FC Bayern München ganz offenbar gewillt ist, und jetzt seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Und lasst es bitte so friedlich wie in den ersten 45 Minuten. Da braucht es keine gelbe Karte. Und ich finde, es wäre ja auch ganz schön, wenn es ein Fairplay-Finale bliebe. Matthäus. 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 Mit dem eigenen 16 Meter Raum. Ja, Karl-Heinz Feldkamp hat es angesprochen. Das dürfen die Duisburger nur auf keinen Fall machen, sich da hinten festbinden lassen. Damit werden sie sich mittelfristig keinen Gefallen tun. Müssten viel schneller aufrücken, jetzt da der Ball mal im Mittelfeld ist. Zalu, der müsste den Fink eigentlich schon stören da vorne und nicht 10, 15 Meter weiter zurückhängen. Foul von Zeyr, dann Scholl. Pfeifen ist gut, vielleicht noch ein Tröpfchen aus der Weihwasserflasche, die er stets bei sich trägt. Und möglicherweise wirkt das ja dann zusammen. Basler und Tarnath. Man wird sich einigen. Auf Mario Basler. Scholl, toll gesehen, Basler. Und ich glaube, der Thomas Gill hat in diesen ersten 5 Minuten der zweiten Hälfte ungefähr 5 Mal so viel zu tun wie in der gesamten ersten. Daran sehen sie schnell, dass sich was getan hat. Wohlert. 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 waren. Das war noch. Zürich, Zürich! 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 Dann genießen sie vielleicht einfach die Atmosphäre. Steht auf. Sie können aber auch sitzen bleiben. Das ist ja so schon richtig toll. Bubble. Janka. Tarnert. Von dem nicht ganz so viel zu sehen war. Heute. Bislang. Und auch das war ja sicherlich nicht seine beste Idee. In dieser Bundesliga-Saison und in diesem Spiel. Werner, Zaya. und Kontermöglichkeit unterbunden. Matthäus, der nur noch vor der Abwehr ist jetzt. Michael Tarnath, der übrigens von 90 bis 94 beim MSV Duisburg aktiv war. Mit Wohlad hat er noch zusammengespielt. Zeyer, während Dietmar Hirsch verletzt am Boden liegt, Strampe ist jetzt bei ihm. Wie ist das wohlbefinden? 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 Woh! Wie ist das wohlbefinden? Woh! Woh! Janka, nagerlicher Stockfehler von Nerlinger und dann noch ein Foul gegen Wohlat, deshalb Freistoß für den MSV. Aber die Bayern haben aufgedreht, haben ja im diesjährigen Pokalwettbewerb schon einiges geleistet, den Bundesliga-Dritten Leverkusen geschlagen, den deutschen Meister in Kaiserslautern besiegt. Er macht die Finale. Aber damit es letztendlich ein Cup, der Genugtuung wird, braucht es einen Sieg. Und dazu braucht es Tore. Wir wollen das mal aufmerksam verfolgen. Thorsten Fink. Elba. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. 32 minuten gut noch bundesliga tätigkeit inklusive pokal deutschland tätigkeit also für giovanni trappatoni falscher einwurf das hat mario basler das sieht nicht mehr ganz gut aus so überlegt aus in der msv-defensive frau gegen scholl aber vorteil matthäus also wenn die duisburger wirklich so lange hinten bleibt dann ist es eine frage der zeit dass jeder ausgleich fällt abseits abseits war kein abseits muss ich mich korrigieren war kein abseits im moment der ballabgabe war uwe spieß nicht im abseits schön dass wir das haben auflösen können basler janka und jetzt carsten wollte das weiter wollte das und matthäus vor salut eine stunde ist gespielt und entschieden ist diese partie mit sicherheit mario basler hat seinen aktion radios spürbar erhöht vielleicht gedacht als fußballerische postkarte an den bundestrainer aber es ist ein spiel in dem es einen sieger gibt und zwar ein endgültiger und keiner möchte die ganze andere kategorie gehören lothar matthäus das kann er doch noch diese sprints nach vorne matthäus nur jetzt bleibt das steht jetzt fehlt er natürlich hinten war war janka 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 Foul von Heitor, der die gelbe Karte sieht. Nein, Janka sieht die gelbe Karte. Für seine... ...mäßige Schauspielerei. Ach, ehrlich gesagt, die war sogar ganz, ganz schlecht. Da war nur überhaupt nichts. Der Zweck heiligt die Mittel, hat er möglicherweise gedacht, aber wenn es dann unfair wird, wird es bestraft. Zurecht. Nelzea. Wolters. Salou. Bashirou Salou. Beim Gladbacher Pokalsieg saß er nur auf der Bank. 1995. Nerlinger gegen Salou. Möglicherweise spielen sie ja in der nächsten Saison gemeinsam beim BVB, denn Salou hat ein Angebot aus Dortmund. Ist aber unverkäuflich, sagt der MSV. Was ein dezenter Hinweis auf die Höhe der Ablösesumme sein könnte. Salou. Das ist gegen Babbel und Matthäus. Da wird er dann auch noch tunneln. Was liegt denn Nyri? Das wird wahrscheinlich nie hiẳng ấy, Das wird schon noch convers 42-2話 in recibir. Applaus Tarnath, dann Elber Wohlert vor Scholl Und das war Tarnaths Foul gegen Salou Das mit Gelb geahndet wird Und für das man mehr zeigen kann als Gelb An der Mittellinie mit gestrecktem Bein auf die Knochen Da ist er mit Gelb gut bedient Das hätte mehr sein können Meint auch Friedhelm Funkel Bei der Nationalmannschaft wird er das WM-Schiri-Video sehen Vorgeführt von Deutschlands FIFA-Referee Bernd Heinemann Und da wird ihm gesagt werden, dass er mit einem solchen Foul möglicherweise in Frankreich vom Platz geht Olters 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 Versucht hinten mit auszuhelfen. Tarnat. Hecke. Scheint sich verletzt zu haben bei der Situation mit Tarnat eben. Basler. Mein Eindruck von hier oben mag mich täuschen, aber Basler macht keinen schnellen Schritt mehr. Fasst sich ans Knie. Und ich glaube, dass er uns nicht mehr lange halten bleibt in dieser Finalpartie. Janka Elba, Janka. Janka Elba. Janka Elba. Janka Elba. Richtig stinkig, weil er den Eindruck hat, dass sein Konterspieler umgetreten wird. Und dieser Mann nämlich ist das Rezept in Duisburg. Das ist ein kleines Fußball-Drama, was sich abspült. Zalou möchte raus, hat Eis im Stutzen. Und die Bayern haben ihre Chancen. Da ist das Tor. Markus Babbel. Konfusion in der Duisburger Abwehr. Und Markus Babbel gelingt in der 70. Minute der Ausgleich. Janka. Janka gegen Koljenovic. Dann Scholl. Gil zu spät gegen Elba. Und Markus Babbel. Na klar, sie hatten den Druck erhöht. Und Duisburg hatte sich zu weit zurückgezogen. Insofern eine Konsequenz. Schade nur, dass das direkt nach dieser misslichen Situation gegen Zalou passierte. Der will nämlich raus und Funke sagt nein und muss drin bleiben. Markus Babbels erster Treffer im bisherigen Pokalwettbewerb. Zaja. Und Osthoff wird für Zalou reinkommen. Jeden Moment. Da haben sie Markus Osthoff. Ist der kleinste MSVer. 1,68. Aber der hat schon Bosch entzaubert und Hessler entzaubert. Und Montiano in der Bundesliga. Vielleicht kann er dann jetzt selbst ein bisschen zaubern. Der Torschütze verlässt den Platz. Bachirou Salou verletzt nach Tarnatz. Foul. Eine traurige Geschichte. Ein Beigeschmack. Und kein angenehmer. Das ist ein wenig. Ein Beigeschmack. Ein Beigeschmack. Entschuldigung. Ein Beigeschmack. Das war's! Das war's! Das war's! Fink, Merlinger und Zaya. Und jetzt fehlt eben Bashirou Salou für diese Kontersituation. Salou mit einer 4 cm langen Risswunde in der rechten Wade nach dem V-Spiel von Tarnath. Und diese Information haben wir soeben aus der medizinischen Duisburger Abteilung erhalten. Danke auch an die Kollegen am Spielfeldrand. Und der schnelle Mann fehlt für die Konter. Abseits Osthoff. Und beim FC Bayern München wird gleich, Sie gestatten, wenn ich den Namen einfach so ausspreche, Strunz ins Spiel kommt. Und Mehmet Scholl geht raus mit Problemen an der linken Leiste. Sowieso nach seinem Bänderriss vor sechs Wochen getaped ins Spiel gegangen. Strunz orientiert sich auffallend offensiv. Damit ist übrigens beim FC Bayern München das Auswechselkontingent erfüllt. Nichts mehr möglich. Und mit Mehmet Scholl hat der beste Elfmeterschütze den Platz soeben verlassen. Baslers Ecke. Und gleich noch einmal und zwar von der anderen Seite. Eine Generalversammlung da im Strafraum. Und nochmal Basler. Jetzt von rechts. Janka. Knappe Viertelstunde noch. 1 zu 1 nach dem Spielverlauf sicherlich. Ein verdienter Spielstand. Das FC Bayern Powerplay in der zweiten Halbzeit hat sich gelohnt. Und Karsten Janka ist ein bisschen gestreckt eingestiegen gegen den Sportskameraden Wohlat. Also eine Gelbe hat er schon. Gegen der Schwalbe. Da wird man normalerweise einen Tick zurückhalten in Zweikampf. Mario Basler. Einer der Aktivposten. Will zumindest immer wieder. Bietet sich an. Zeigt sich. Und Strunz, dem dieser Mann zu gewissen Ehren verholfen hat. Und Mario Basler fordert die Fans des FC Bayern München auf, nochmal Vollgas zu geben. Nerlinger. Ein bisschen hat er gezögert, der Strampe. Aber auf Weiterspielen entschieden. Matthäus. Janka im Zusammenspiel mit Tarnath. Nerlinger. Gegen Trifting. Ne, ne, das war nix. Das war die Leichtigkeit des Fußballseins. Komlienowitsch. Nach, was gibt's da für Geschichten? Als B-Jugendlicher war er mal die zweite Mannschaft degradiert, weil man ihm nicht zutraute, dass er was bringt. Und da ist Thomas Helmer zumindest zurück. War richtig stinkig bei seiner Auswechslung. Aber hier geht's um die Mannschaft. Und der Kapitän weiß das. Elber gegen Komlienowitsch. Immer noch Elber. ganzviel. Und der zweite Mannschaft. verletzt zucken vielleicht im hause stefanovic mit steppis tochter nämlich ist er liiert und fairplay auch in diesem 55 final um den dfb vereinspokal 10 minuten noch und möglicherweise ein paar mehr sie wissen schon und kennen die regeln dieser veranstaltung osthoff tüftik holt das roland und tüftik er von dänemarks nationaltrainer beobachtet wird stichwort wm heiter matthäus hatte aufgepasst gegen spiel sind jetzt mario basler 3 gegen 2 janka ist frei genau der hat er sich dazwischen geschmissen für wen auch immer sie die daumen drücken halten sie die luft an es sind noch sieben minuten und vergessen sie das atmen nicht das wird richtig spannend heute abend und lisa rasu ist wieder da mit und mit 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 und mit 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 Strunz gegen Werner verloren, Zeyer, Osthof, Werner, Wohler, Tüfting, mein lieber Däne. Hirsch beim Eckball, sein Vorbild ist Matthäus. Heute wäre er gern sein Bezwinger. Fünf Minuten noch. Ich möchte die Begrifflichkeiten der Fußballreportage nicht zu arg strapazieren. Aber wann immer das Wort Pokalfight genutzt wurde und wird, heute ist dieser Begriff zutreffend. Und sie sind live dabei. Und sie sind live dabei. Lothar Matthäus, der nicht ganz so spritzig wirkt, jetzt zum Ende dieser Partie. Das mag ein Anzeichen für Müdigkeit sein, möglicherweise hat er sich aber auch ein bisschen was gezerrt. Man munkelt da am Spielfeldrand. Und ab die Post, Osthoff, links läuft Zaya, eben Jena. 1966 hat er gegen den MSV Duisburg beim 4 zu 2 Pokal-Endspiel-Sieg das letzte Tor geschossen. Franz Beckenbauer. Lothar Matthäus, Rolters, Spieß, Osthoff. Elba, Foul von Heito. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich traue mich gar nicht zu resümieren. Weil ich glaube, hier kann jede Sekunde noch was passieren. Man könnte ein Friedensabkommen schließen und sagen, nur gut, dann tun wir es halt noch eine halbe Stunde. Aber diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Basler. Tor! Baslers Tor! Ausgerechnet Mario Basler. Eine Anhäufung von Missverständnissen in der Abwehr des MSV Duisburg. Und Mehmet Scholl. Schnell weg da, Mehmet. 88. Spielminute. Und eben noch gesagt. Nix damit, Bilanz. Hier geht was. Schauen Sie bitte. Baslers Freistoß. Und möglicherweise war Fink noch ein bisschen dran. Nee. Nee. Also eine Ansammlung von Abtauchern, weggehen und nehm du ihn, ich hab ihn nicht. Ach, ein unglückliches Gegentor für den MSV Duisburg. Wird so ein Pokalfinale entschieden? Ich mag das kaum glauben. Aber liebe Duisburger Fans, Sie müssen sich mit dem Gedanken auseinandersetzen. Nützt ja alles nichts. Und ich möchte nur nicht die Euphoriebremse treten für die Bayern-Fans, denen wir das durchaus gönnen. Ein Beigeschmack bleibt. Und das ist Mario Gil Basler. Ein Beigeschmack bleibt wegen dieses Fouls von Tarnat Anzalou. Jetzt Elber. Die reguläre Spielzeit, also das, was der Fußballgott sich immer so vorgestellt hat, nämlich 90 Minuten sind vorbei. Und richtig lang wird es auch nicht mehr gehen. Töfting. Doch nicht auch so ein Ding. Spiel ist aus. Der FC Bayern München hat seinen Titel. Und Giovanni Trapattoni auch. Ciao Trap. Grazie. Und jetzt sehen Sie in den Gesichtern, was dieser Titel bedeutet. Nach einer durchschnittlichen Saison. Steigt heftig. In seinem Herzen regnet es jetzt. Und da gibt es Diskussionen. Ist nicht zufrieden, der Friedhelm Funkel. Und beschwert sich natürlich über die Foulsituation. Schon am ersten Bundesligaspieltag hat er sich mal bitter über Strampe beschwert. Du hast doch ein Trikot vom FC an, nach der Niederlage in Köln. Aber es sind Sportsleute. Matthäus und Funkel übrigens standen sich 1985 als Spieler gegenüber. Olympiastadion Berlin. Es ist ein toller Fußballabend. Und es ist ein Fest der Emotionen. Ist der Busfahrer der Münchner. Mit Giovanni Elber. Mario Basler hat ein gutes Spiel gemacht. War immer wieder die treibende Kraft. Forderte die Fans auf. Und wollte und wollte. Und peitschte. Glückwünsche in der Ehrenloge. Alles gratuliert dem Kaiser, der wieder lächelt. Mario Baslers Treffer. Da war keiner dran. Sein 2 zu 1 Siegtreffer. Und Belaretti hat ein Gespräch gemacht. Bayern gegen Duisburg. Wurde ihnen präsentiert von ZDF und Kronbacher. Lothar Matthäus, herzlichen Glückwunsch zu diesem Pokalsieg. Nach 12 Jahren geht der Pott nach München. Unter den Gesichtern der Spieler hat man gesehen, wie wichtig dieser Titel für die Bayern gewesen ist, glaube ich, dieses Jahr. Natürlich. Wir wollten in der Champions League was machen, in der Meisterschaft. Das war die letzte Möglichkeit. Und wenn man dann so glücklich in der letzten Minute noch das entscheidende Tor macht, dann ist es unglaublich. Hat das durch den Abschied von Trapp auch besondere Stellenwert gehabt für heute das Spiel? Ich glaube, keiner hat während der 90 Minuten an Trappadonis Abschied gedacht. Wir waren konzentriert. Duisburg war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir in der zweiten Halbzeit hatten auch viele klare Chancen. Und ich glaube, auch wenn das so aus in der letzten Minute gefallen ist, geht das Sieg in Ordnung. Ein Sätzchen zum 1-0 von Duisburg. Das salue ich schon verdammt schnell, oder? Ja, das ist richtig. Der Ball ist irgendwie wie beim Billiard so in den freien Raum gekommen. Und er war im Lauf. Ich musste aus dem Start herausgehen und diesen entscheidenden Vorsprung hat er eiskalt ausgenutzt. Okay, danke. Und weiter mit Johannes. Ich mag schon gar nichts mehr zu sagen zu dieser Situation. Möglicherweise überbewertige ich es auch. Aber ich fand es so traurig, weil ich den so nett finde, den salue. Also, Pokalsieger 98 ist der FC Bayern München. Durch Sieg über Waldberg, Wolfsburg, Kaiserslautern, Leverkusen, Stuttgart und Duisburg. Und auch die goldenen Schuhe haben nichts gebracht. Und mein Kollege Belaretti hätte da noch eine Frage an Oliver Kahn. Ja, Oliver, wir spüren hier die Stimmung, was es für die Fans sich auch bedeutet, nach zwölf Jahren wieder den Pokal nach München geholt zu haben. Was hat das für Sie persönlich für eine Bedeutung gehabt? Ja, ich glaube, es ist eine absolut Riesensache, wenn man hier sieht, was hier los ist, was das für ein Spiel war, gerade in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, das war mit eines der besten Pokalspiele, was man die letzten Jahre zu sehen bekommen hat. Und ich glaube, das ist entscheidend. Okay, vielen Dank. Wir müssen jetzt abgeben zu Thomas Waag. Danke. Und bei mir steht Friedhelm Funkel, der Trainer, der enttäuscht ist, der sich aber auch einmal sehr, sehr aufgeregt hat. Für Sie eine spielentscheidende Szene, das Foul gegen Salou. Das war mit Sicherheit spielentscheidend. Ich musste den Basche danach rausnehmen. Er hat eine drei bis vier Zentimeter und sehr, sehr tiefe Fleischwunde. Er konnte nicht mehr weiterspielen. Und von daher war diese Szene schon spielentscheidend. Und ich glaube, ich habe mich da zu Recht aufgeregt. Danke, Friedhelm Funkel, für das Erste. Weiter mit Wolf-Dieter Poschmann. Kalli, können wir uns dem anschließen? FC Bayern München mit dem 2 zu 1 angemessen aufgrund der zweiten Halbzeit? Die zweite Halbzeit war von Bayern München ganz aggressiv gestaltet und war auch mit den Torchancen so, sage ich mal, untermauert, dass das in Ordnung geht. Dass es davor eben diese Schlüsselszene kam, würde ich sagen, hat mit Sicherheit dazu beigetragen. Aber bevor die Verletzung kam, konnte Bayern München mit Sicherheit auch schon in Führung gehen. Duisburg hat zu wenig getan im Mittelfeld. Die Klage von Friedhelm Funkel zu Recht. Ja, der beklagt ja auch die Schiedsrichterentscheidung. Und da muss ich sagen, das ist ein solches unfaires Spiel. Da kann man einen Platzvorweis aussprechen. Die Schiedsrichter machen manchmal viel mehr, sage ich mal, Theater, wenn leichtere Fouls passieren. Das war eins und er stand daneben. Auf der anderen Seite, wenn man die gesamte Pokalentwicklung sieht, ist FC Bayern München, der in den vergangenen Jahren immer wieder... Da muss man vielleicht sagen, er hat die wenigsten Probleme gehabt. Wolfsburg war eng, wir beide waren dabei, wenn du dich erinnerst. Elfmeterschießen. Ansonsten aber, glaube ich, würdiger Pokalsieger. Ja, ich habe das vor dem Spiel gesagt. Sie sind heiß, weil es ist nicht so, was der Uli Hoeneß gesagt hat. Bei einer guten Saison, aus einer guten, machen wir eine sehr gute. Wenn das heute nicht gelaufen wäre hier, dann wäre es eine Durchschnittssaison und dabei wäre es geblieben. Das ist ein guter Abschluss, aber mit Sicherheit keine sehr gute Saison. Wobei man sagen muss, dass die erste Halbzeit so entschlossen nicht wirkte auf Seiten der Bayern. Aber es ist ja so, dass man vor dem Spiel gespürt hat, was sie wollten. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit umgesetzt. Vor allen Dingen muss ich auch sagen, es ist sehr mutig, mit schnell zwei solche Auswechslungen vorzunehmen. Das macht auch nicht jeder Trainer. Glückwunsch also dem FC Bayern München und nicht weinen Duisburg. Nach 20 Jahren Abstinenz kehrt die Mannschaft zurück in den Europapokal. Damals war es der UEFA Cup, immerhin ging es bis zum Halbfinale. Seinerzeit ausgeschieden gegen den späteren Sieger Borussia Mönchengladbach. Also, der Europapokal steht vor der Tür. Real Mallorca könnte ein Gegner sein, Paris Saint-Germain, Glentorian aus Nordirland, Rapid Bucharest, PSV Eindhoven, seit heute auch Hearts of Midlothian. Das sind doch alles klangvolle Fußballnamen in Europa. Und da kommt auch Angenehmes auf den MSV Duisburg zu. Und die Bayern haben in der zweiten Halbzeit bewiesen, dass Profi sein mehr ist als nur ein Wort. Also Profi wird man ja mit Unterschrift. Aber umsetzen muss man es auf den Platz. Torsten Wohlerd bei Thomas Waag. Ja, gleich die Frage an den Kapitän. Wie stark ist die Enttäuschung in so einem Moment jetzt? Ja, die Enttäuschung ist sehr groß. Wir haben das Spiel in der 89. und 90. Minute verloren. Und das ist, denke ich, bitterbös. Wir haben 1-0 geführt, hervorragend gespielt, 16 Minuten, haben die Chance zum 2-0 gehabt. Durch Carsten Wohler das zweimal. Aber der Druck nahm zu. Zweite Halbzeit, das war uns bewusst. Da haben wir drüber gesprochen in der Halbzeit. Aber wenn man denn das niederschmetternde 2-1 irgendwo in der letzten Minute kriegt, dann ist das schon bitter. Der Druck der Bayern war so stark. Konntet ihr nichts dagegen setzen? Okay, die Beine. Wir sind viel gelaufen, denke ich mal. Wir haben auf höchstem Niveau gespielt, kämpferisch wie läuferisch, dass die Beine da mal schwer werden die letzte Viertelstunde. Ich denke, das ist normal. Die Mannschaft hat nochmal alles rausgelassen. Wir haben nur noch eine lange Runde gehabt, viele Spiele gehabt. Und ich denke aber, das war unterm Strich, das was die Mannschaft über das Jahr hinweg geleistet hat, ist schon toll. Danke Ihnen. Ich muss sagen, was Thorsten Wohler, der Kapitän da immer wieder von sich gibt, also nach verschiedenen Spielen habe ich schon gehört, hört sich immer sehr gut an und ist frei von Emotionen, obwohl so kurz nach Ende eines verlorenen Spiels. Ja, das bewundere ich, dass er sich so geäußert hat. Auch der Friedhelm Funkel hat sich ja, auch wenn man die Bilder gesehen hat, gleich mit den Bayern-Spielern unterhalten und auch mit dem Trainer. Da ist schon ein gewisser Abstand wieder zu spüren. Aber die ganze Enttäuschung kommt wahrscheinlich gleich erst in der Karte.